Moin moin! Fortnite Battle Royale ist der neue Free2Play-Modus von Fortnite. Worum es in dem Spiel genau geht, habe ich in meinem Video Was ist Fortnite Battle Royale erklärt. Wer sich jetzt allerdings in den Kampf stürzen will, könnte zu Beginn etwas überfordert sein. Aus diesem Grund möchte ich allen Leuten, die sich mit Battle Royale-Shootern und vor allem mit Fortnite Battle Royale noch nicht so ganz auskennen, 10 Tipps für Anfänger geben. Wer sich schon mit ähnlichen Spielen wie PlayerUnknown's Battlegrounds auskennt, kann hier den ein oder anderen Anfängertipp extra für Fortnite Battle Royale mitnehmen. Tipp Nummer 1, Wertigkeitsstufen. Es gibt derzeit sechs verschiedene Waffentypen. Pistolen, Schrotflinten, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und Raketenwerfer. Dazu kommen noch Handgranaten und die Pickaxe, die man direkt von Anfang an dabei hat. Die Schusswaffen gibt es jeweils in fünf verschiedenen Wertigkeitsstufen. Weiß, Grün, Blau, Lila und Orange Gold. Weiß ist hierbei die niedrigste und Gold-Orange die höchste Wertigkeitsstufe. Wenn ihr also die Wahl zwischen zwei Waffen habt, dann solltet ihr tendenziell die höherwertigere Waffe nehmen, da sogar eine blaue Pistole deutlich mehr Schaden macht als ein weißes Sturmgewehr. Tipp Nummer 2, Waffen finden. Ihr könnt Waffen vor allem in, auf und in der Nähe von Gebäuden finden. Ihr solltet am besten versuchen, am Anfang direkt auf einem Gebäude zu landen, da auch auf Dächern schon die ersten Items und Waffen liegen können. Tipp Nummer 3, Kisten finden. Es gibt kleinere Lootkisten im Spiel. Da drin könnt ihr alle möglichen Gegenstände und Waffen finden. Leider auch komplett weiße Waffen. Ihr könnt sie durch ein helles Glitzergeräusch hören, wenn ihr in der Nähe seid. Meistens kann man die Kisten in Dachböden von Häusern finden. Tipp Nummer 4, Munitionskisten. Munition ist in Fortnite Battle Royale Mangelware. Deshalb sind Munitionskisten immer ganz gut, wenn man sie findet. Sie sind zwar sehr unscheinbar, allerdings doch relativ oft zu finden. Tipp Nummer 5, die taktische Hocke. Ihr könnt in der Hocke deutlich präziser schießen. Außerdem seid ihr während ihr geduckt lauft, fast unhörbar leise unterwegs, wohingegen ihr beim normalen Laufen unnormal weit zu hören seid. Deshalb nutzt die Hocke bzw. das geduckte Gehen so häufig ihr könnt. Tipp Nummer 6, Angriff. Wie auch in anderen Battle Royale Spielen ist es euer höchstes Ziel zu überleben. Eröffnet also nicht wahllos das Feuer auf jeden Gegner, den ihr seht, sondern feuert erst dann los, wenn ihr auch sicher seid, den Gegner erledigen zu können. Ansonsten habt ihr nur Munition verschwendet und auf euch aufmerksam gemacht. Tipp Nummer 7, Heilung. Es gibt derzeit zwei verschiedene Arten von Heilungen im Spiel. Mit den Verbänden könnt ihr euch bis auf 75% Lebenspunkte heilen und mit dem Medipack könnt ihr euch auf 100% vollheilen. Da ihr nur insgesamt 5 Gegenstände gleichzeitig tragen könnt, solltet ihr das Medipack immer den Verbänden vorziehen. Tipp Nummer 8, Wasser. Kurz und knapp, ihr könnt über bzw. durch das Wasser durchlaufen, da es euch gerade mal bis zur Hüfte geht. Dabei seid ihr allerdings sehr langsam, was euch zu einem guten Ziel für andere Leute macht. Mit Hüpfen kommt ihr hier schneller durch. Tipp Nummer 9, Deckung bauen. Gerade hier liegt einer der größten Unterschiede zu den normalen Battle Royale Spielen, die momentan auf dem Markt sind. Ihr könnt Material, also Holz, Steine und Metall einfach mit der Spitzhacke abbauen und damit eine Wand oder ein Fort als Deckung bauen. Mit der Taste G könnt ihr entsprechend Aussparungen in Wände für Türen und Fenster oder schräge Wände hinterlassen. Und der Tipp Nummer 10, Material vorauswählen. Wenn man auf offenem Feld unter Beschuss gerät, macht es Sinn, sich schnell eine Wand als Deckung herzustellen. Da Metall deutlich mehr aushält als Holz, solltet ihr das entsprechende Material mit Rechtsklick noch vor dem ersten Beschuss ausgewählt haben. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat der Guide gefallen und ihr konntet einige Tipps für das Spiel mitnehmen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Abonniert auch meinen Channel, um weitere Videos über Fortnite Battle Royale nicht zu verpassen. Schaut auch gerne mal bei mir auf dem Twitch-Channel vorbei, wenn ihr mich mal live spielen sehen wollt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.